moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen pileup spot zeigen auf der karte die maschine und zwar könnt ihr hier auch den unendlich c4 glitch mit kombinieren und so unendlich viele high rounds leveln hierfür müsst ihr zur absturz stelle leute und dann an die stelle wo ich hingehe aus der distanz nimmt anlauf und springt dann hier hoch und wenn ihr dann hochklettert und eure füße dann in der luft schweben dann habt ihr das richtig gemacht und wenn ihr dann in diesem spot seid dann könnt ihr auch ganz easy den c4 glitch machen ich werde euch oben rechts noch mal in die infokarte verlinken wie der c4 glitch funktioniert damit das video so kurz wie möglich bleibt ansonsten war es das auch mit dem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten video oder stream ciao